Displate hat endlich seine nächste Limited Edition vorgestellt namens Crace in Spades und man kann jetzt schon erahnen, um was es geht und zwar, ja, richtig, das Nachfolgemotiv von Clashing Spades von Kizune Yumiko und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn das ist eins meiner Lieblingsmotive gewesen. 1000 Exemplare wird es geben, keine besonderen Features, braucht es auch gar nicht, das Bild ist für sich so wie der Vorgänger im Detail wieder wunderschön gestaltet. Ganze sieben Monate hat sich Displate Zeit gelassen, den Nachfolger von Clashing Spades rauszubringen, aber endlich sehen wir mal beide nebeneinander und ich finde, sie sehen hervorragend aus. Ich bin mal gespannt, wie euch das Display gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, alles weitere findet ihr auch bei mir in der Beschreibung, das soll es dann auch schon gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!